Hallo und Willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir machen weiter, wird endlich Zeit, so ein Igran zu bekommen würde ich sagen. Dann auf zum Wegpunkt. Davor vielleicht schauen, dass es der richtige Wegpunkt ist. Könnte nicht schaden. Okay, Quest Take Flight ist markiert. Wo ist er denn auf der Karte? Erstmal wieder orientieren. Quest, Quest, Quest. Also da ist auch so ein irgendwie Umweltverschmutz. Ne, das war ja ein Ancestorskill, die lila Teile. Okay. Hier ist so ein Umweltverschmutzer. Wo sehe ich denn? Meet South of Glade of Light. Das muss dann doch hier sein. Da ist ja die Wegmission. Da kommt der Wegpunkt hin. Habe ich beinahe wieder falsch losgelaufen. So, jetzt schön durch die Natur hier. Bin gerade wieder bisschen raus vom Avatar spielen tatsächlich. Hab jetzt so viel Cyberpunk gespielt, dass ich hier die Controls bisschen wieder lernen muss. Hier ist ein Musiker. Hallo. Oh, ein Gift. Her mit dem Gift. Das ist schön. Was kriege ich dafür? Dankeschön. Weinschrum Superior. Das ist freundlich. Genau. Also irgendwie, ich spiele hier immer mehrere. Ich versuche, wenn es geht, mehrere Episoden am Tag zu machen. Und dann halt bei einem Spiel. Ah, Balesprick war das. Sehr gut. Ja, und dadurch habe ich jetzt ein bisschen viel Cyberpunk gespielt, weil mich das gerade echt mitgerissen hat. Da geht es so langsam Richtung Ende zu. Ja, und Avatar habe ich jetzt ein bisschen Pause gemacht. Solltet natürlich nichts davon merken. Ich versuche dabei zu bleiben, dass ich jeden Tag eine Episode release. Nur es kann sein, dass ich jetzt mich wieder ein bisschen orientieren muss, die ersten zehn Minuten. Ich bitte, dies zu verzeihen. Ich bin doch so nicht fähig für Multitasking. Na gut. Mein Scanner ist auf X. Das habe ich nicht vergessen. Und ich werde angegriffen. Wie, das hat aber ein bisschen geleckt. Nun, das werden die jetzt oben auf der Minimap angezeigt. Hey, lass mich in Ruhe. Was ist denn mit euch los? Ich habe euch nichts getan. Jetzt haut ihr ab. Was bist du denn? Hallo? Joten, Wildlife. Der ist leider zu schnell gewesen. Der kleine Knirpsding habe ich nicht wirklich scannen können. Okay. Ich glaube aber, wir sind hier fertig und dann auf zum Ikram. Da bin ich jetzt echt... Oh, hier werden nochmal angegriffen. Na, das hängt ein bisschen. Ich habe die Grafik mal auf Unobtainium, also auf das Ultra-Ding gestellt. Kann sein, dass das mein System nicht packt. Ist zwar eine gute Grafikkarte drin. Und ich spiele auf 4K, aber anscheinend doch nicht so leicht zu obtain das Teil. Okay. Ist hier irgendwas drin? Das sieht so aus, als... Was ist denn das? Speckled Mushroom. A strong, yet highly flexible mushroom that can act as natural trampoline. Die kämmert doch schon. Ich will aber nicht trampeln. Ich will hier rein. Sicher, dass du nichts für mich hast. Anscheinend ist das Spiel sich sicher. So. Munition ist so mittel, würde ich sagen. Oh, der Minenwerfer. Sturmgewehr. Und Bogen habe ich auch noch wunderbar. Dann WG mal am besten vor. Wir müssen da hoch. Ja, das sieht ja nach dem Weg da aus. Das sollte man hinkriegen. Wir können auch, glaube ich, direkt einfach hier diese Wein benutzen. Ach, die Pflanzen sind schon hilfreich in dem Spiel. Denk aber doch, die Grafik-Setting Unobtainium sieht noch mal einen Tick schnuckeliger aus. Muss man schon sagen. Aber mir ist da... Okay. Wer ist da? Schlechter Zeitpunkt für Knock-Knock-Witz. Äh, Klopf-Klopf-Witz. Guter Bogen. Wer ist da? Ich weiß, es du bist. Ein guter Witz. Ist auch der Erste. Disharmonie, WARNING, warum? Das waren doch böse Viecher. Entschuldigung. Wollte niemanden ankäsen. Na gut. Hier hoch würde ich sagen, hops, hops, hops. Wenn es nochmal lag, stelle ich die Grafik leicht runter, dann packe ich es einfach nicht. Ne, lieber lag freie Aufnahmen, als immer mal einen Ruckler zu haben. Vor allem in Kämpfen fällt das mir gerade auf. Ansonsten geht es hier. Ja, brauche ich jetzt nicht alle anlabern. Okay, das ist, ich habe es versucht. Meine 4090 macht da gerade nicht mit. So, Ultra. Das muss reichen. Play Settings, Skip. So. Ah, schon viel besser. Das packt mein PC. Okay. Ich werde, das war das letzte Mal, dass ich jemanden auf der Straße anlabere. So. Was hast du? Hallo. Dankeschön. Ich habe aber jetzt genug Fett, das Fleisch. Vor allem an mir Silber. So. Hier ist irgendwo noch irgendwas Wichtiges. Ist das eine Balesbrick? Schauen wir mal. Irgendwas leuchtet auf jeden Fall. Genau. Balesbrick. Mensch, sieht das hier cool aus mit den lila Bäumen. Wirklich. Ach, ich bin doch dann, wie nennt man das? Sucker for Graphics. Also für Grafikstil. Wenn man auf Realismus geht, sollte es schön realistisch aussehen. Aber ich mag auch Pixel-Spiele sehr. Es muss in sich stimmig sein. Hört mal auf mich anzugreifen. Jetzt reicht es aber mit den Viechern. So faszinierend ist es nicht, gegen die zu kämpfen. Oh, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die Balesbrick. Da hinten. Eher damit. Ich brauche die Hilfe. Berühren. Sehr schön. Sehr schön. Na, das sind ungute Geräusche. Wollen wir mal flüchten? Mensch, da ist sogar ein Wasserfall drauf. Wie kann denn das funktionieren? Das ist unrealistisch. Wo kommt denn da das Wasser nach? Na gut, wenn es regnet. Oh, ein schwarzes Pferd? Hallo. Na gut. Ne, das Pferd war nicht schwarz. Es sah nur wegen der Beleuchtung so aus. Na, kommt schon. Oh, ganz viele Igrans. Jetzt kriege ich gleich meinen eigenen. Ich kann es spüren. Ganz schön viel Fußfolge unterwegs hier. Ja, hallo, Sahrentu. Ich würde nicht sagen. Oh. Sehr schön. Das macht doch mal so Spaß. Okay. Zurück zum Text und zurück zum Missionsmarker. Irgendwie. Oh, auch hier der lila Bambus. Den müssten wir bei uns auch irgendwie einführen. Also Natur ist ja echt schon was Schönes. Sollte mal öfter rausgehen. Na. Zocken ist live. Okay, muss ich jetzt warten? Ich glaube nicht. So. Oh. Eine versteckte Höhle. Da komme ich nicht durch. Das ist aber schade. Muss ich da was scannen? Schalter umlegen. Draufhauen. Ne, das wird es nicht sein. Äh. Gehen muss ich jetzt einfach warten. Sag mal was. Einfach mal. Pass time. Keine Ahnung warum wir das sollten. Spiel ist post. Ah. Das ist sehr freundlich. Dankeschön. Was ist denn das? Ich benutze das mit Zormi. Aber du findest eine Artischocke wie unsere. Was ist denn das? Ne Artischocke? Oh. Ich hab doch so Höhenangst. Ach. Ist egal. Ist ja nur ein Spiel. Oh. Oh. Mensch. Also. Respekt an das Team wirklich. Die hier die Welt gecraftet haben. Das. Das ist klasse. Was bist du denn? Flutterflower. A colorful insect. Ja gut. Das hätte ich jetzt auch selbst erkannt. So. Irgendwas hier was ich anfassen lassen will. Was bist du denn? Mermaid Tail. Cold Spring in a Space. Ah. Ich hab das Gefühl das ist ein Katapult. Huiiii. Werd jetzt nicht äh sagen dass das so ein Tretbache Tretbuket war. Weiß gar nicht wie man das ausspricht. Es gibt ja da diesen ewigen Kampf was besser ist. Ich bin ein Team von dem was ich nicht aussprechen kann. Viel besser als ein Katapult. Genau. So viel zur Politik. Weiter im Text. Wieso kann ich doch dich nicht durch? Ich seh doch dass ich da durch kann. Achso. Da ist wieder ein Schalter. Und die Pflanze muss ich dann umlegen. Okay. Kann ich dich auch berühren? Sieht nicht so aus. Ja. Schön hier aber was willst du von mir spielen? Kann ich doch kriechen? Nö. Äh. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Naja. Komm. Ich hab doch einen Doppelsprung oder? Na also. Sind wir hier richtig? Ich glaub nein. Da sind wir zumindest reingekommen. Vielleicht muss ich jetzt noch in die andere Richtung und noch was drücken. Weiß man ja nicht in dem Spiel. Oh. Her damit. Oder ist das? Das ist doch gerade genau die Stelle wo ich runter gefallen bin. Ey. Ich mein bewusst runter gesprungen. Aha. Ja. Inspec. Gateway Lily. Netter Name dafür. Ja das Gateway. Ah. Hier ist noch was was ich tatschen muss. Jetzt. Da waren zwei Schalter für die Pflanze. Kann man ja übersehen. Und hier ist nochmal so ein Katapult. Ui. Was ich jetzt. Ich schätze mal ich muss hier zurück. Äh. Auf den Baum. Oder war das wieder dämlich? Ich glaub ich hab was dämliches gemacht. Ich dachte ich krieg hier noch was cooles. Vielleicht hat jemand Kleidung weggeschmissen wieder oder was zu essen hier oben. Sieht aktuell nicht so aus. Na dann zurück. Diese Indikatoren machen mich fertig auf dem Bildschirm. Hier rechts ein Lensplayer. Links ein Lensplayer. Das ist natürlich weg. Na da vorne in der Mitte. Ein Colorful Insect. Okay. Uh. Ich kann hier auch durch. noch mal ein Katapult. Dann wollen wir. Ui. Voll mit Schädel Hirntrauma bin ich jetzt wieder da. Hat mich nämlich voll gegen die Fels Oberkante geschleudert. So sollte es garantiert nicht sein. Aber was weiß ich schon. Weiß nicht mal ob ich in die richtige Richtung laufe. Das ist heiß. Jetzt mir ja ihnen sagen können du Arsch. Ich habe einen Marker gesetzt. Oh. Hey. Did I meet you before? Hallo? Ganz ruhig. 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 mit die wunderbar ich bist du bisschen dafür fett irgendwas irgendwas zum essen ist hinter dem wasserfall was ja und du bist ein also nur was equipment basket was ganz feines was von normaler qualität naja hat man auch liegen lassen können lud ist lud ein bogen ich bin genauso gespannt wie der wie das jetzt abläuft war vielleicht wegstecken so gleich wir mal fliegen lernen ja soosie soos ja soosie soos schön hier schön hoch deswegen wohl der hinweis nicht nach unten sehen obwohl die höhe ist gerade gar nicht das problem eher so gefährliche sprünge was ist denn das dahinten sarentum moral amel create bei sarentur clan members of the past dann muss ich glaube gerade nicht hin gleich wenn man fliegen können dann dürfte es ja leichter zu erreichen sein mensch ist das eine aussicht hier das hat sich auf jeden fall gelohnt freue ich mich fliegen zu können in dem spiel endlich mal die lüfte erobern und hier auf die inseln bequemer kommt und nicht irgendwie gefährliche manöver machen um nicht abzustoßen bin ich jetzt wieder gelandet kommen das muss doch noch gehen oder komme ich echt nicht mehr hoch von hier was haben sie denn gedacht was passieren wird wenn die das so knapp machen das soll welche richtung ist die richtige naja daneben beim zweiten anlauf kann ja so schwierig nicht sein wie viel blaue avatare denn also nicht avatare navi die heißen navi abgestürzt und hier so nicht dran zu besteigen wie jetzt klappt nein da habe ich mich schon unten als blaue pfütze gesehen bist du mein bist du mein ikran ich glaube nicht schade eigentlich muss ich da hin ernsthaft das kann nicht sein immer nach oben okay hier hat man wieder dann diese komische pflanze die mich nicht rein lässt und trampolin so würdest du bitte dich öffnen oder muss ich dir davor irgendwie ein essen ausgeben und alkohol mit alkohol ist leichter dann gehen wir halt hier lang nein nicht abstürzen nicht abstürzen nicht abstürzen was machst du denn in der glück liegt da überall holz was bist du was bist du mit dir kann ich nicht also ich muss die erst bisschen bereit machen mit einem feier mein coach ist voll so was mache ich denn hier oben warum bin ich hier wegen dir okay das war eine da ist jetzt noch die andere was muss ich denn noch berühren da ich sehe es das sind aber ganz viele beinahe beinahe wäre es das gewesen mit dem fliegen komm schon immer noch nicht offen was soll denn das will doch hier nicht jede scheiß pflanze öffnen müssen und dass ich zum wegpunkt kommen hallo irgendwas was noch sein muss ach menno vielleicht das da unten was ist denn das equipment basket da gehe ich auf jeden fall noch mal hin und du bist eine bild spricht gut dass ich das rechtzeitig erkannt habe ab und was soll ich jetzt genau macht ein spiel auch ich finde das echt ein bisschen frustrierend hier muss ich sagen ich weiß nicht welche pflanze ich anfassen muss noch zwei habe ich berührt dann was da oben noch sieht nicht so aus das kann doch nie wahr sein was ist denn da also missions design da können wir uns hier gern noch mal drüber streiten ob das so ein spaßiges erlebnis gerade für mich ist vielleicht bin ich auch einfach so blöd aber eine blume in blumenwiese zu suchen vielleicht seht ihr es hier schon schreibt vielleicht durch das let's play doch wie doof ich bin keine ahnung habe wo diese letzte pflanze ist wenn es überhaupt die letzte kann ich dich wunderbar war jetzt nicht so schwer zu übersehen aber auch nicht so leicht zu finden wir haben es geschafft ich bin weniger frustriert das sieht doch relativ eindeutig aus was mal hier machen müssen und die musik ist auch schön passend so dann wollen wir mal rauf auf die bestie ich bin ich versuche nicht zu fallen was muss ich denn hier machen schon wieder okay das hat geklappt wie und noch mal eine katapult pflanze und noch mal sehr schön ich hoffe ich muss nicht bis ganz oben kraxeln ja das ist pech für mich würde ich sagen glaube ich muss echt bis ganz nach oben ganz ruhig ganz ruhig ich habe snacks ich habe snacks ganz fettiges stück fleisch ja ja ich ja gut ich ja gut kleines was jetzt los das weiß ich auch nicht ja geteased wurde schon öfter aber nicht auf dem weg wo ich einen berg hochlaufen musste das ist mir neu also ich finde ich bin genug geklettert aber ich glaube das fliegen muss man sich echt verdienen naja dann verdienen wir es uns wohl ich habe im trailer gesehen dass es möglich ist zu fliegen er hat mich nicht davon abhalten lassen das ist aber eine schöne brücke gut dass die hier ist was wieso jetzt schwarz wieso jetzt schwarz na komm hier du du brachte exemplar noch nicht da hoch ich habe es im rücken na gut dann wohl da hoch weiß nicht ob ich hier mit einem bandscheibenvorfall irgendwie rauskomme gut kann das nicht sein für die gelenke hier nach unten sicher na gut spiel du bist der boss au meine rübe mensch ist das fancy hier led see rosenblätter sehr schön und wo ist dein ausschalter ach da voll ins gesicht aha und nun das hat sich schnell geklärt ja ich versuche es ich bin mir dann noch nicht so sicher kann ich nicht den roten da haben die roten sind irgendwie cooler vielleicht kann man die upgraden oder umfärben okay dann darf ich noch mal weiter klettern wo kommt das ganze wasser hier vor allem in den mengen mountain ikran ganz ruhig ganz ruhig schau mir in die augen kleines schau mir in die augen in die augen in die augen nicht daran vorbei wir kommen in frieden wir kommen in frieden ganz langsam weh druck für weh druck hallo hallo mache ich das richtig hallo schau mir in die augen war das jetzt wieder zu schnell ganz ruhig ganz ruhig ich würde auch so ein rot nehmen der hier nicht will oder mensch der sieht cool aus mit den grünen elementen hallo 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 ganz vorsichtig weh drücken weh drücken weh drücken weh drücken na komm schon kleines ich hab's nix muss ich dir was hinwerfen zum fressen oder ein pokéball kann leider nur langsam voranschreiten willst du mich noch mal weg wedeln ne komm schon ich bin gar nicht so schlecht bin gar nicht so böse bin eigentlich gar nicht böse hier läuft das läuft da heute noch was oder na komm schon in die augen blicken alles gut bei dir was hast du heute so gefressen dort ist es sehr interessant ist ja gut so ganz kleines stück noch hallo willst du mich vertreiben okay das kann irgendwie nicht richtig sein äh schauen wir mal ich komm grad was ist denn das was mache ich denn hier die ganze zeit mehr careful geht nicht ich kann nicht mal mehr meine hände heben zum sooten vielleicht backt das ja gerade oder ich stelle mich wieder einfach mal gehörig an nicht schon wieder was mache ich denn falsch ja ist ja gut ouch muss die schleichen muss ich vielleicht backt das tatsächlich also ich kann nicht speichern sonst hätte ich es noch mal neu geladen das behebt öfter mal was komm schon ich kann ich kann hier leider nichts tun so komm schon lass uns doch ein bisschen hier bunden hier ich bin gar keine gefahr alles ist gut kann ihn eigentlich noch was kennen sieht nicht so aus so gucken ach komm ernsthaft spiel was ist denn das ich hab halt kein controller grad dran jetzt kann ich wieder was soll denn das also das scheint doch ein bisschen buggy zu sein das spiel noch ganz ruhig ganz ruhig ja das habe ich schon mal gehört kann ich das noch mal so machen interessant dass das so backt okay das backt doch nicht nur ab dem punkt kann ich das nicht mehr machen muss ich jetzt ein controller anschließen oder was kann ich denn ganz langsam laufen gar nicht ja ich habe eine tastatur was willst du machen okay an der stelle skippe ich bis wir die bund machen wir sehen uns dann hoffentlich demnächst so dann neu geladen neuer versuch ich habe gegoogelt das sollte eigentlich beim dritten mal funktioniert haben hat es aber nicht vielleicht bin ich ja doch unwürdig ja gut ist ja gut jetzt hat es geklappt warum auch immer ich bin verwirrt vielleicht bin ich nie nah genug rangegangen was nehmen denn hork klingt gut storm klingt gut fury klingt gut carol oder fluch nenn mal sie doch und wir können sie gleich hier um design das finde ich schön ich wollte ja so einen in rot kann ich den nicht in komplett sehen in grün hat er natürlich auch was vielleicht hier dieses blau gelb ich nehme blau oder war blau gelb das was er standardmäßig hatte wir nehmen das in rot ich habe gesagt rot wir nehmen es in rot ok müssen wir uns küssen sehr schön wunderbar darauf habe ich ja nur gewartet ich will nicht da eben will hier hoch na gut tutorial Sturzflug Natürlich, ich hab's nichts versprochen Was will die denn? Jotten Jek? Keine Ahnung Fetty Meat würde ich mal sagen Sehr schön Hui Wunderbar Es hat ja allem in allem irgendwie ganz okay funktioniert So, dann landen wir mal Da unten ist hier eine schöne Landemöglichkeit Sehr gut Und bist du eine Schönheit Na gut, ich denke das reicht schon für die Episode Alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe Das ist mal eine Abwechslung Dann vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal